Hallo Freunde und Herzlich Willkommen zu einer kleinen Runde Bellmose auf der Pixel-Dio Oh, ich oder ich mir gestern gewünscht habe Ich habe ein bisschen nicht gewünscht, ich habe es euch vorgeschlagen Aber ich habe mich versprochen, dass ich Freunde geholt habe Aber ich habe eine König gefunden, ich bin einfach so ein kleines Apfel Oh mein Gott, oh mein Gott, welche Typen habe ich bitte? Ich habe Pille de und Reverat, geil Und ich habe einen Holzschwert und einen Kompass Right click, okay, zack, easy Lol Okay, geil Item shop, da bekomme ich mir erstmal ein paar Blöcke Die sind nämlich ganz wichtig bei Bad Wars Zum Beispiel um das Bett einzubauen Das Bett einbauen ist ganz wichtig Ich mache jetzt ein Tutorial dafür Und jetzt dürft ihr nicht vergessen das Bett anzubauen Das ist so wichtig Und ich habe schon an der Unterkunft Und hier holen sich die Und ich habe keine Blöcke mehr, geil Max Nice Max Nice Max Was kommt dran an wieder? Kommt kein Das ist der andere Typ der Campt in der Base oder was? Oh mein Gott, ich habe 20, was kann man sich da ein schickes kaufen? 7 Gold? Ah, Scheiße, okay, das kau ich mir dann noch Ich habe 6 Gold, scheiße Ich brauche noch ein Gold Ich brauche noch ein Gold Ich brauche noch ein Gold Come on Come on Come on Ja, sind wir gut Kann ich mir jetzt erstmal wieder ein paar Bricks Also Vollwirkelheit natürlich Ich kann nicht zahlen Und dann habe ich mir ein schickes Eintritt Zack, crazy Am Start Bauen sich die Runden zu der Diakolende Bauen sich nicht, das finde ich gut Die erken sich auch lieber Oh mein Na Ich gehe in die Mittel Und das Bett von Team Red wurde schon abgebaut Holy mackerel Nice one Das finde ich doch mal Freche Hesche Das finde ich doch mal wirklich Fresh Mesh Let's go Bei der liegen richtig viele Dias Fünf Dias Okay, ich brauche noch ein bisschen Dann kriege ich nämlich Sharpness Das finde ich geil, ne? Sharpness ist so okay Das ist wie die Echsen, Junge Das ist wie die Echsen Dann spawns ich hier wieder eins Ach, da hat sich ja noch eins gesponnt Ich gehe jetzt erstmal wieder zurück zur Basement Ich kaufe mir jetzt erstmal Sharpness Weil dann haben wir Sharpness auf dem Chat Und das ist so So Okay, ne? Bitte nicht runterfallen, Max Bitte nicht runterfallen Das war sehr hilfreich Gut, er geht nicht zum Bett Ist ja homemade von mir So, ich können wir uns jetzt erstmal Sharpness hier Das ist aber mal ganz fresh Wieder 10 Gold Hier ist der Team Upgrade Shop Sharpness kostet 8 was In der Energy, das kann ich noch meine Scheiß packen, ne? Da kommt niemand meine Scheiß rein Ich hoffe, da liegen jetzt 2 Dias, komm Bitte lass da 2 Dias liegen Da haben wir Sharpness, Jungs Dann haben wir Sharpness Ein Tier Wie viele Sekunden? Sechs Fünf Vier Drei Zwei Eins Eins Let's go Zack Easy Zwei Da haben wir Sharpness Da haben wir Sharpness Da haben wir Sharpness Und es ist so OP Jungs Ich frag's euch Damit wer das alles töten will Ein Ehrenswort Und Sharpness Das macht ganz, ganz viel Attack damit Ganz, 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 ganz viel Attack damit Okay Da ist es, schau'n es Da, 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 da Ich sparte da drauf, oder? 18, 21 Ich denke, was gut ist, nur Scheiß, Mann Team Blau kommt zu Team Rot, okay Derzeit hab ich schon mal einen sexy Bogen 22 Gefühlt, okay Ich hab schon zwei Stacks, eigentlich Naja Okay, eigentlich müssen wir jetzt schnell zu Team Blau, oder? Das heißt, der kommt Team Ruma, aber eigentlich müssen wir da kommen um Warte, hab ich die 24 Gold Kann ich mir erst mal weiter fatty hinbekommen, oder saturated 2 hydro 8 escr Ты Okay, komm Scheiß drauf Aber scheiß drauf Mal advantages scheiß drauf Schon adrenalin Aber glaub grad es ist Eigensche Jetzt brauche ich nur noch Pfeile, die sehr schwer aufzutrauen sind, weil ich jetzt schon 4 habe, also 16. 4 Aberrites. 3 Gold kostet einen goldenen Apfel, okay. Das ist ein bisschen viel, ne? Schnauze mal. 20 Iron, 8 Gold, dann kaufe ich erst auf so einen Stone-Picke, ne? Für 32 Pfeilers geht eigentlich, ne? Locker-Easy gehe ich jetzt in die Mitte. Fuck, die kommen. Boom! Headshot! Boom! Headshot! Scheiße, das ist auch noch eine Schwerch. Fuck! Easy. Ich möchte ein halbes Herz, zwei Herz und fuck. Fug, 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 Fug Kann ich mir Gold kaufen? Ja. Oh mein Gott. Ich bin Norman Pryce nicht. Zack. 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 Ich hab 4. Ja, ist geil. Da liegen nochmal 7. Oh mein Gott. Eigentlich müssten wir zu der Grün-Dier-Quelle. Eigentlich müssten wir zu der Grün-Dier-Quelle. Aber nein, Max Bock ist zu Grün-Groups nicht. Digga, was will der? Ich hab Pfeile, Junge. Boom! Erste Headshot. Boom! Boom! Was will der, Junge? Spam ihn einfach mit dem Boot tot. Kann ich mir hier noch mal was gönnen? Ja, da kann ich mir noch was gönnen. Sieht schön viel. Sieht doch mal gut aus. Oh mein Gott! Da ist mir zerstört, ich den Blau. Junge, da ist mir zerstört, ich den Blau. Fuck, da muss ich einmal kurz in die Tiefen ins. Ihr darf mich nicht runterboxen, ne? Hauuuu! 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 Habe ich ihn? Ja, okay, easy. Come on, Baddestroyd. Was? Was, Nene? Nene! Ich muss einmal kurz geppen sein, sonst überlieb ich das nicht gegen den scheiß Blau. Fuck. Hashtag Teamwork, yes. Yes, auf jeden Fall Teamwork, Junge. 15 Dias, okay. Okay, 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 okay. Wir reißen diese Runde, ich sag's dir. Come on. Ich kauf mir jetzt kurz den Dias und den krassen Bogen, pass auf. Ne, ich hab ja schon die krassesten. Na? So, hier ist der Items Shop. Ne, ich will erstmal hier was kaufen, ne? So, wie viel kostet denn dieses Refresh Arme? 5 Dias? Fuck, da ist einer. Wo ist der, wo ist der? Ich bin tot. Hä? Lol. Okay, Freunde, das war doch schon mal ne Nasse La... Nasse La... Nasse La... Okay, aber das hab ich jetzt immer noch nicht verstanden, wie der uns gekillt hat. Aber auf jeden Fall spiel ich jetzt nur ne freshe Runde. Und ja, wenn ihr bald nochmal so ne Runde sehen wollt, auf Ipixel, Badwars oder Murder, schlägt doch einfach mal den Bocking Daumen nach oben durch. Ich würd mir selber freuen. Jo, 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 jo. Hier können wir Teams ausführen. Fuck. Hey, wie geht das hier? Teleport. Okay, alles klar. Wir haben ja nicht ein Team. Mit gar keinem. Da werde ich einfach so hingelost. Ich bin draußen. Ja, nice, Hypixel Props an dich auf jeden Fall. Jawoll. here comes, wie buenas kommt das mit Ihnen wieder? Hier gibt's jetzt eine Team-Dur. Was ist das nicht glorious? Der sieht falsch aus. Oh, nice, wir sind los. Es kann ich los. Es kann ich los. –結論. Ah, je bin извест. Danke-Dur. Ja, die sindאל. Ich will nicht mal etwas nerves neurons werden. Wir fangen denen zu ayuda. Ja, diese sind le Amb strat fünf générale. das ist der Items Shop 6 Emirates, was Ok, let's go genug, zwei davon junger, zwei goldben noch dann hab ich ein eigenes Schwert das bringt es schon richtig hin zwei nur noch, Jungs, noch eins ich will mich verarschen Jungs, hast du keine Ohren? hast du keine Ohren oder soll ich ein Chat? Oh, gut ich weiß, ich hab jetzt ein paar viele Blöcke aber das soll es auch bringen, Jungs ich steck mich einfach schneller als der Typ ich steck mich schneller als der Typ wow, Junge, wow, geil das brummt uns beide hier aber er playst die ganze Zeit Blöcke ich hab noch kein einziges Stack verloren oder kein einzigen Blöck doch jetzt very elegant gönnt er sich die Diamanten hier eignen sich die Diamanten Junge, pass auf das weiß ich mach jetzt einfach schnazzer Sassine auf den pass auf, wenn er sich noch ein bisschen weiter baut fuck juck, das ist das erste Bad Down, geil, ne? zack, so easy geht das hier zack, Bad Destroyed zack, erster Kill da ist er down jawohl, da ist er noch down, da ist er nochmal down, da ist er nochmal down wenn nicht, kriegt er nicht oh doch, das ist mein Mate, geil nice, okay ja, Freunde, erstmal easy, Bad Down das ist doch schon mal ein nice start in diese fuck round fuck jo, auf jeden Fall hofft er sich jetzt das Bad ist aber ein nice Angebot, das finde ich auch schon mal fresh Props am Highpixel das er uns dieses Geschenk gegeben hat uns warum baut er das auf ihm warum, ach, weißt du was, ich geh jetzt einfach auf den roten Schosshoff ich hätte ihn so, dass wir nicht kriegen erhofft sich jetzt einfach erhofft sich jetzt einfach was ist das erhofft sich doch nicht okay, ein Block ein Block ne, werd ich hierfür verbrauchen erster down da ist er down da fuck, da ist er doch nicht down er rennt, er rennt, er rennt, Jungs, er rennt boom da ist er down da ist er down kill speed was hat er da einen Holzschwert? hat der einen Holzschwert? unser Bett ist weg doch nicht gut da kommt aber der Rote da kommt aber der Rote boom hab ich ihn? ja, ich hab ihn gut noch ein kill, Jungs schreibt doch erstmal Hashtag Skills in die Kommentare hier ich würd mich immer freuen und Leute, bitte hört auf damit einfach immer solche scheiß äh Abo du machst gute Videos und so damit hab ich schon so viele Kommentare gekriegt es nervt einfach richtig okay ich kann schon die großen YouTuber verstehen dass sie da immer sich über die Kommentare aufregen ich hab da schon von ein paar YouTubern mitgekriegt dass sie sich darüber aufregen also lass das mal bitte okay hier ist grad ein scheiß futzi Typ whatever aber okay, wieviel kostet denn ein betteres Schwert? das nächste Schert ist ein anderes Schert für sie man kann ja also nimm ich schon den anderen Diakolik geil soll ich zutieren Yellow? oh ne, oder? ok du musst dich kauen doch da ranns grad zwei in die Mitte war ne I try this I try this wenn ich jetzt das nächste Besttry das wär geil ganz fuck, der hat nen Bogen fuck, der hat nen Bogen haben die Bogen? da hat er nen Bogen Props an dich wir müssen denn irgendwie das Troll kriegen doch jetzt rennt einer rein jetzt rennt einer rein bei Quadrics, Junge oh mein Gott, da rennen alle zu dem oh mein Gott, da rennen alle zu dem geil das ist meine Chance das ist meine Chance ich werd's einfach nochmal tryen ich werd's einfach nochmal tryen let's go ich bin Try Max und Try Max Junge, kennt ihr den Lieber, der Try Max? der macht doch immer so Clash-Ral-Videos, ne? Try Max und ich nenne mich einfach Try und Max also Try Max ist doch ganz fresh, ne? Leute, das ist jetzt aber auch die letzte Runde und ich werd's auch probieren irgendwas sexy zu reisen irgendwas ich werd's kurz auf dem Iron Shred da ist sowas ein Jude Ding zach, zach, zach locker ist hier zach mein Tabelle geht oh nö 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 jetzt nö 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 da kann man sich irgendwie ne Picke holen oder so nö eine Axt kostet die 12, gold echt jetzt ist da noch? ist da noch? ist da noch? nö die passen grad nicht auf die gelben die gelben passen grad nicht auf geil nö nö ich tu jetzt einmal so ganz abgelenkt nö jetzt rüber nö jetzt rüber Leute, ich bin noch schneller, wenn ich igeln kann. Ich werde es üben. Ich werde es üben, Jungs. Ich werde es üben. Ich lasse das, einer. Dann snack ich mir easy. Pass auf. Sieht, da destreue ich das Bett. Was, da ist noch einer. Warum bekämpfen wir uns jetzt eigentlich, Jungs? Jungs, ihr wollt mich verarschen. Der Blaue, der könnte mir doch helfen, das Bett abzubauen. Aber nein. Mö, mö, mö. Aber ich muss dir natürlich den grünen killen. Hauptsache, das regt nicht wieder so hart auf. Auf verarschen. Junge, wir müssen aufpassen, Jungs. Wir müssen aufpassen. Jungs, guck doch auf dich. Soll ich es nirgends jetzt hier rum? Scheiße, der hat einen Bogen. Was? Och, nee. Adam Brinken. Okay, alles klar. Props an dich, Adam Brinken. Ich kaufe uns jetzt... Ach, wir haben schon ein Schattenes. Jo, wahrscheinlich. Und hier liegen noch drei, die hast du vier, die hast du. Na, ist das wahr? Da hat noch einer von uns. Jungen Team. Zu team. Gelb, was ist das? Ja, das ist die Böbel. Wir würden uns jetzt verarschen. Wir würden uns jetzt verarschen. Da ist das Bett. Oh, geil. Ein Eisengolem. Oh mein Gott. Mein Team ist so OP, Jungs. Mein Team ist so OP. Können Sie sich hier ein schickes kaufen? Vier Amorates. Wollt ihr ein Tierschwert? Oh, fuck. Ich habe schon gekostet. Amorates. Okay. Gibt es das für 14 Alben? Gibt es was für einen? Stick not big. Okay. So, ich kaufe mir jetzt einfach mal hier. Ich kaufe mir jetzt einfach mal hier. Kann ich mir irgendwas Gutes kaufen? Nix. Okay. Oh mein Gott. So geil. Jungs, wir müssen jetzt reinrennen. Come on, let's go, Jungs. Come on. Alter, seid ihr zu dumm fürs Leben. Oh mein Gott. Er kommt. Er kommt. Er schickt es, glaube ich, nicht. Er rafft es nicht. Boom. Fuck der Eisengolem. Fuck der Eisengolem. Was soll man dagegen machen? Gegen Eisengolem. Ein eingebautes Bett, Jungs. Was weiß ich. Ich camp jetzt einfach so lange. Bis ich. Zwölf. Diamanten habe. Und dann gehe ich da rüber und baue das Bett ab. Dann kaufe ich mir noch ein Eisenschwert. Dann kommen die. Dann bin ich tot. Dann bin ich happy. Oh mein happy Gott. Fuck, hat er mich immer getroffen. Oh, Schadness, ey. kommt da, kommt da, kommt da, kommt da, kommt da, kommt nicht durch. Das ist doch nicht wahr. Hast du, hast du. Hast du. Okay, let's try this again. Jetzt haben die die Tierquelle für sich, ne? Mist. Mist. Und wenn ich jetzt einfach so einen richtig fetten Weg baue, dann kommen die einfach nicht einfach dran. Jetzt muss ich auch fassen, dass sie nicht kommt. Hetzt du wohl gern, hetzt du wohl gern, dass du die Pfeile treffen, dass du auch wohl gern. Deine Bungsfilter sind eh und auch unbecredible. Ich werde jetzt einfach so richtig fetten Weg hin, pass auf. Der wird so fett, dass am Gila Merkel nicht mehr drüber passt. Ne, Donald Trump am besten. Das ist mein Newtactic, Junge. Das ist mein Newtactic. Einfach alle Hashtag Newtactic in die Kommentare schreiben. Okay, zack, 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 zack. Damit er uns nicht unterboxen kann. Ja, was willst du nur machen hier mit deinem scheiß Boden? Was willst du nur uns unterboxen hier? Das baut halt den Weg ab. Wollen die mich verarschen? Oh, ich hab keine Blöcke mehr. Nice one. Nice try auf jeden Fall. Oh, so ein scheiß Player, ey. I already got you on the hook. Fall. Boom. Boom. Fuck. He's running to uns. He's running to uns. He's running to uns. Junge, to look after you. Pass auf. Pass auf. Ben, unser Bett ist weg. Ben, unser Bett ist weg. Fuck. Fuck. Wo ist der Typ, hä? Wo ist der? Hä? Haben wir ihn getötet? Lol. 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 Lol, 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 lol. Lol, 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 lol. Der Link Video ist großartig. Nice try. Auf jeden Fall glaube ich den jetzt so getötet. Das finde ich schon fresh. Jetzt muss ich nochmal einen D-Sound. Fünf Sekunden, bitte. Nicht unterfallen, nicht unterfallen. Pläst du doch auf Blockieren. Boom. Nice try. Zwölf Tiers, okay. Ich will, brauche ich nochmal. Neun, okay. Passt. Zack, zack. Das brauche ich. Das brauche ich nicht. Unser Bett ist so gut wie safe, ne? Ja. Soll ich mich jetzt erstmal in die Mitte bauen, ja, oder? Ja, das mache ich. Ich baue ihn jetzt. Das ist mein Föller. Soll ich unser Bett? Oh my god, das kostet 4 Emeralds. Was? Was? Genau 2 Stacks. Und Leute, ihr wisst ja, ich hasse es einfach Cuts mitten im Game zu setzen. Die bekommen einfach nicht mit, was irgendwie so spannend passiert. Wenn jetzt irgendwas Spannendes passiert und sagt dann, ja, es passiert doch nichts Spannendes, passiert doch eh nix. Und auf einmal ist irgendwie ein Bett destroyed oder so. Und dann kann irgendwas Blödes passieren. Knoppeck, ne. Ich muss mir auch mal ein bisschen hochstecken, ne? Was? Oh mein Gott, der hat mir ein Knoppeck gegeben. Okay, Mist-Try-Fling-Fact. GG hat ja geschrieben. Oh mein Gott. Das wird nicht passiert, ne? Fuck. Die Brot ist ja weg, dann kann ich doch da mal zurück, die Erkülle, wenn, ne? Da noch. Warte. Ist etwa von denen auch so schlecht eingebaut, ey. Oh mein Gott, er hilft jemanden. Da guckt der kann man zu. Da guckt man, da guckt scheiße. Aber wenn der weg ist, wenn der weg ist, kann ich ranrennen. Ach, Mann, ey. Frisch ist das Player. Okay, egal. Ich kaufe mir jetzt erstmal was Schickes. Das soll ich uns Tierarmor kaufen. Ja, das machen wir. Oh mein Gott, okay. Oh mein Gott, okay. Ich hab mal ein bisschen getry-moved. Weil wenn ich jetzt runterfalle, ich sag, da ist ein Gegner, da ist ein Gegner. Ich brauch' ich mal runterfallen. Mit zwölftiger am Ranten. Warte. Ne, ne. Ach, bin einfach runtergefallen. Alter. Ach, wie lang geht denn diese scheiß Runde, ey? Das ist für eine XXL-Folge, okay? Das ist einfach nur eine XXL-Folge. Das war alles geplant. So, null problemo. Bei dem Plan mal nur. Da kommt ein Gegner, da kommt ein Gegner, da kommt ein Gegner. Den zerrucker ich jetzt, Isi. Das ist doch nicht ein Gegner. Dicke, warum ist denn eigentlich runtergefallen, dass der mit dem Bogen auf mich gefetzt hat? Hä, warum hat der Eisen los? Soll ich nicht. Hä? So? Warum? 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 Warte mal, warum ist hinten das? Sechs einmal. Zwölf Gold. Permanent, okay. Zwölf Gold, warte mal. Kann ich mir das gönnen? 13 Runde, ja. Permanent Eigen. Geil. Permanent Eigen. Fach. Hab ich. Full Eigen. Ich hab 5 zu Mut. Was kann ich mir jetzt schickes so kaufen? Eine. Was das kostet? So hat zwölf Gold. Weil ich Bock bekannend hier ist dafür. Was? Das war sogar ein Gold. Okay, dann renne ich gleich irgendwann mal in die anderen Basen und snack mir da ein bisschen was. Unser Weg in die Mitte muss ja auch noch ein bisschen erneuert werden. Ja, da muss hochgebohrt werden. Da muss hoch. You gotta stay high all the time to keep you what my mind. High all the time to keep you what my mind. Ich hab zwölf, okay. Ich hab zwölf, okay. 16 und 3, aber... So. Ist dat gute Ding. Jetzt brauchst du mir auch ein bisschen der Crip. Sieben brauch ich nicht mehr. Ich brauch's nicht mehr. Fuck. Ich geh nach einem kurzen Diamantenquille. Wenn da keiner so... Wenn da keiner so... Wenn da keiner so... Wenn da so... Wenn da so... Ich richte, ich richte. Und ich renne jetzt einfach an. Arme nach. Ich weiß nicht, mit einer Pickaxe ist das ein bisschen unnötig, aber... Fuck, da ist einer. Oh, ne, ne. Ach, ne, ne. Jetzt hab ich mir die umsonst gekauft. Och, Mann. Wenn ich eine bessere Picke hätte, wäre das alles viel lockerer, easier geworden. Och, Mann. Och, Mann. Tralalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalala. Da kommt ein Blauer. Da kommt ein Blume. Da wege ich doch den Blume hoch. Ich bin ein Grüne. Das sind 12 Meter und 10 Meter. 5 Meter. 5 Meter. 2 Meter. 1 Meter. 3 Meter. 4 Meter. Das sind 6. ich kauf mir jetzt erst mal wieder so eine picke ne ich will dieses scheiß team ausschalten jetzt glaubt ihr mir gar nicht dass ich das will ich das wohl okay das habe ich jetzt ich bin voll eigen fast 15 diamanten gerade weg habe ich noch mal kurz die 3d ist dann habe ich jetzt insgesamt wie viel das ist alles gut es wird nur die trap aktiviert nein nicht mit meinen eisenbohle haben es nein okay nochmal 8 ist wirklich gut 3 diamanten 50 8 ich kann mir davon schickes kaufen ich glaube hier so ein ich will ich will diese scheiß team ausschalten das glaubt ihr mir gar nicht wie sehr ich das mir geht es so hart im herzen 18 diamanten okay let's do this scheiße was denn da passiert sooo das server is not incredible die beschützen ihre bei safe scheiße ich muss warten bis genau der perfekte moment gekommen ist also ich meine von der enderpelle kauf mir das kostet emirates ne ja mann das kostet emirates 18 24 diamanten das kann man sich damit schickes kaufen ach hier ne ähm emirate forged 12 diamanten zack easy kostet das jetzt 16 diamanten scheiße meiner ich kaufe ein scharpenes 8 diamanten ja come on let's go scharpenes 1 immer noch hä kann ich mir das nicht kaufen warum kann ich mir das nicht kaufen we have already mixed up oh scheiße das hab ich ja schon jetzt trap 1 diamanten 10 diamanten 10 diamanten inauguration protection so oh mein Gott ich verpratz grad einfach meine ganzen scheiß sachen hier heal pool unlock arsch okay ist okay jungen schäfte schäfte pass auf warte ich geb dir doch mal kurz und dann war's das dann kurz geben zack und rein rein die jungen so fuck scheiße 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 okay ich bin safe ruhe 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 ja der golden apfel hat jetzt auch nicht so viel gebracht aber scheiß drauf ich muss auf den richtigen moment warten und dafür hab ich ja noch Zeit dafür hab ich ja noch Zeit ruhe wie viel kostet das es kostet 6 umberates okay ja hier sponze ich jetzt auch umberates ne ja genau weil ich dieses forge update gekauft habe fuck was der typ ach jungs das ist jetzt nicht euer ernst wohl die mich jetzt zwar nicht verarschen das ist ich kann jetzt einfach rein listen und fang bis auf soll ich zum anderen ziehen gehen die ach scheiß drauf ah money 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 warte mal sie guck mal nicht sie guck mal nicht Schwer, egal. Jawohl, ich hab das Bett, 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 ich hab das... Scheiße. Okay, Leute, das war jetzt einfach mal eine nice Runde. Und wenn, ich würde sagen, wenn euch diese sexy Runde gefallen hat, dann lasst doch mal einen Daumen hoch oder ein Abo da. Ich würde mich darüber freuen. Und ciao.